Also ich bin Gisela Eisele, bin die Kreisvorsitzende von der Landfrau, wohne in Menzenweiler, schön auf dem Land und ich mache Landfrauenarbeit gern, weil mir das Spaß macht, weil ich es gern mache, ich treffe immer ganz viele tolle Leute. Die Landfrauen vermitteln an alle Frauen im ländlichen Raum Bildung auf jegliche Art, egal was man macht, auch von Männern, von Kindern, egal was wir machen. Einfach Bildung ist das Thema, was die Landfrauen macht. Zum Beispiel Vorträge, wir besichtigen die Firmen. Ja und auf dem Land leben gern, weil wir leben da, wo andere Urlaub machen und schöner kann man sie tun.